Und was man da, glaube ich, drüberlegen kann oder irgendwie damit unterstreichen kann, ist, dass es halt eine Verantwortungsgeschichte bleibt. Also man muss primär dann für genau die Fragen, die du jetzt gestellt hast, man muss da die Verantwortung übernehmen, dass man sich die stellt und die versucht auch zu beantworten. Weil in dem Szenario, wenn wir jetzt die Fragen, die du jetzt gestellt hast, mal weglassen würden, dann ist es halt unheimlich einfach, immer nur zu sagen, ja, ich bekomme einfach so viele E-Mails. Ja, mein Kalender ist einfach voll mit Besprechungen, aber da kann ich gar nichts machen. Also das ist einfach, die Arbeit ist einfach so. Wenn man aber die Verantwortung dafür übernimmt, okay, was ist mir denn überhaupt wichtig, was muss ich denn überhaupt machen, wie entscheidend ist, dass ich dies und das mache, dann kann man sich weiterentwickeln sozusagen und das vielleicht ein bisschen aufgreifen, wo man irgendwie an diesen Stellschrauben ein bisschen was verändern kann. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass es halt, es geht ums Bewusstsein schaffen, sich die richtigen Fragen stellen und dann dafür Verantwortung übernehmen, welche Dinge einem im Leben wichtig sind. Und das muss man, glaube ich, so allgemein sagen, nämlich, wie wir es immer sagen, es ist Arbeit und Leben. Also es ist nie etwas, das separat ist. Also diese Freizeit unter Anführungsstrichen. Die Freizeit unter Anführungsstrichen.